Hallo von der Baselworld 2019, ich bin Gisbert Brunner. Wir sind hier am Stand von Chopin für Uhrenkosmos und Montredo. Karl Friedrich Schäufele, der Co-Präsident von Chopin, gibt sich die Ehre eines Interviews mit uns. Guten Morgen aus Basel, Baselworld 2019. Es ist mir eine ganz große Ehre, hier zusammenzusitzen mit Herrn Karl Friedrich Schäufele, dem Co-Präsidenten von Chopin. Ja, ich darf das so sagen, Herr Schäufele, einem der letzten großen und bedeutenden Uhrenunternehmen in privater Hand in der Schweiz, nachdem viele inzwischen unter dem Dach von Gruppen sind. Und damit kommen wir zu Ihren Uhren, die Sie dieses Jahr auf der Baselworld vorstellen. Können Sie aus Ihrer Sicht ein bisschen was erzählen zum 2019er Millimillia-Modell? Dieses Jahr ist es die Millimillia GTS, die dieser limitierten Edition zugrunde liegt, mit einem wunderschönen anthrazitfarbenen Zifferblatt, mit der Startflagge hier hinten graviert und den Drückern, die auch jeweils das Thema Auto, den Grip wiederholen. Auch das gelochte Armband natürlich. Das Auto und alles, was dazu gehört, dem Reifenprofil hier innen, ist überall wiedergegeben. Das, ich darf es mal so formulieren, das krasse Gegenteil eigentlich, weil es ist Eleganz pur, ist Ihre XPS, Louis-Ulis Chopin, der Gründer der Firma und in diesen Modellen sind ausnahmslos Manufakturkaliber. Und in diesem Modell ist auch das erste Uhrwerk, was Sie selber gemacht haben, mit Mikrorotor verbaut. Und ich sehe hier einfach ein wunderschönes, blaues, dezentes Zifferblatt. Würden Sie das als Einstieg in die Welt von Louis-Ulis Chopin bezeichnen, dieses Modell? Ja, also die XPS hier in Stahl, mit einer schönen mattierten Fläche auf der Seite und dem 1,96 Basiswerk, allerdings in der Ausführung Evo, ist natürlich mit Sicherheit das Einsteigemodell in die Manufakturwelt von Chopin. Es ist aber auch ein Modell, was spezifisch auf, sage ich mal, die jüngere Generation auch abzielt. Das, was sich am Armband beziehungsweise zeigt, mit dem Modell am Armband. Mit dem schönen Merino-Wolle-Stoff, aber mit schönem Krokko hinterlegt. Und das Zifferblatt, was sehr modern, zeitgenössisch aufgeräumt wirkt und trotzdem für den jungen Gentleman, wie wir sagen, von heute. Und der Einstieg wird ja gleich gemacht. Ich denke, was ich gesehen habe, so um die 8.000 Euro ist das und damit ist man wirklich für moderates Geld in der Welt von L.U. Chopin. Aber daran liegt uns natürlich auch, weil auch die, sage ich, jüngere Generation soll ja sich sowas leisten können. Und was können Sie jetzt unserem Auditorium zu diesen Chronographen sagen? Ja, in diesem Fall haben wir das Äußere dieses Chronographen überarbeitet und er kommt jetzt in der gleichen Gehäuseform daher wie die anderen LUC-Modelle. Also das heißt, wir haben die Anstoße überarbeitet. Es ist ein sehr schön ergonomisch am Handgelenk. Die Uhr liegt unheimlich gut am Handgelenk und die Größe ist meiner Ansicht nach für die heutige Zeit eine gute Größe. Und das Datum ist auch sehr gut ablesbar. Ja, und wir haben auch das Matte Finish auf der Seite. Also die Uhr wurde, das Gehäuse wurde rundum neu gearbeitet, schöne Drücker, schön integriert. Also Attention to Detail in jeder Hinsicht. Turbion-Kompetenz besitzen Sie schon seit langem. Aber Sie haben in Ihrer Firmengeschichte das erste fliegende Turbion präsentiert in diesem Jahr. Das Schöne an diesem Flying-Turbion ist auch die Tatsache, dass das Ganze mit dem Zifferblatt abschließt. Also man hat wirklich einen unverbauten Blick, sage ich mal, auf das Turbion. Ich würde ja diese Uhr als Ausbund, Uhrmacherische, Eleganz bezeichnen. Die ist einfach rundum eine harmonische, klassische und flache Uhr, die aber auch wieder Uhrmacherische Qualitäten hat. Chronometer zertifiziert. Und der Turbion-Käfig ist hinten in Keramikkugeln gelagert. Ja, und wir haben 70, wir erreichen 70 Stunden Gangreserve oder sogar mehr. Wir geben nur 65 an. Aber ich kann Ihnen das sagen, die Gangreserve übersteigt das, was wir ursprünglich geplant hatten. Könnten Sie uns in einigen Sätzen sagen, Herr Schäupele, was aus Ihrer Sicht die Werte und die Philosophie des Hauses Chopin in der Welt der Uhren ist? Gut, Chopin ist eine der letzten familiengeführten Gesellschaften im Uhren- und Schmuckbereich, wie Sie eingangs ja sagten. Und die Verantwortung, auch die soziale Verantwortung, die wir ertragen, die nehmen wir wahr. Und wir setzen auf Kontinuität, aber wir schreiben auch die Innovation groß. Was in der LUC-Kollektion auch zu sehen ist, jede LUC-Uhr auf ihre eigene Weise hat, beinhaltet immer eine Neuheit im Bereich Uhrmacherei. Aber gleichzeitig denken wir immer noch an das klassische Finish und die hochwertige Verarbeitung. Das charakterisiert eigentlich Chopin in den verschiedenen Bereichen, ob das bei den Uhren ist sogar, ob es beim Schmuck ist und ganz insbesondere bei LUC-Uhr. Vielen Dank für das Interview, Herr Schäupele und alles Gute für Sie und Ihre Familie. Und vor allem auch für die Eltern, die ja nach wie vor Tatkräfte dabei sind. Ja, die sind nach wie vor auch hier auf der Messe und haben immer eine Riesenfreude. Dankeschön, Herr Schäupele. Danke.